Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball The Breaker Season 1, wie man hier schön am Bild sieht. Warum Season 1, Leute? Weil ihr bei Optionen nachgucken könnt, die Drachenstufe. Es gibt einen Battle Pass in dem Spiel, der komplett kostenlos ist, außer man denkt sich, ich will jetzt ein paar Stufen dazu kaufen, dann kostet es Geld. Aber sonst ist er eigentlich komplett kostenlos, das finde ich ziemlich geil. Und am Ende bekommt man ernsthaft den Farmer mit der Shotgun Skin. Lohnt sich also, in diesen Pass reinzugehen. Ihr habt links unten, wie ihr seht, immer so wöchentliche Herausforderungen, tägliche Herausforderungen. Einfach das Ganze abschließen und dann bekommt ihr schöne Sachen dazu für euren Battle Pass. Aber ja, das ist Stufe 1. Ihr seht, ich habe mir ein bisschen was gegönnt, und zwar den Oberkörper von Son Gohan. Ich hoffe, der Skin bringt mir einen Vorteil. Und ich habe keine Schuhe an. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich mache dadurch andere Laufgeräusche. Und ich hoffe, damit den Gegner zu verwirren. Das ist so eine kleine Taktik von mir. Heute Online-Kampf, ich versuche zwar, den Bösen zu spielen. Ich habe die Priorität darauf, also ihr seht, links unten, kann man ihn einstellen. Der Böse-Kopf, egal, der gute Kopf und so weiter. Und je öfter du jetzt spielst, ne, und je öfter du nicht der Böse bist, obwohl du gern der Böse sein würdest, erhöht sich beim nächsten Mal die Chance, dass du der Böse bist. Ich habe gestern viermal gespielt, und beim fünften Mal wurde ich der Böse. Weil es immer eine höhere Chance war, der Böse zu sein. Jeder will den Bösen spielen. Ich würde gern mal Kid Buu euch zeigen, ich würde gern Freezer euch zeigen. Die haben wir nämlich noch nicht gesehen. Wir haben nur Cell gesehen in der Open Beta. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch gerne an in der Playlist. Und ja, ich versuche heute mal einen Wind zu holen als zum Gohan, in Anführungszeichen. Oder eben als Böser. Mal gucken, was uns warten wird. Okay, 26 Sekunden um 10 Uhr am Morgen. Dort war eine schnelle Lobby, würde ich mal sagen. Bruder, da muss ich ja gar nichts rausschneiden. Also, ich finde das Spiel geil. Ich weiß, dass viele sagen, was ein Blödsinn. Aber das ist Ansichtssache. Nein, es ist einer rausgeflogen. Es ist Ansichtssache, ob das Spiel blöd ist oder so. Das ist deine eigene Entscheidung. Ich finde es geil. Natürlich kannst du es jetzt nicht 10 Stunden am Tag spielen, weil es dann langweilig wird. Vielleicht. Ich habe es noch nicht probiert. Aber ich denke, vor allem im Stream, was wir auch bald machen werden, oder schon gemacht haben. Ich habe keiner, wann das Video rauskommt. Das ist halt eine andere Sache, Leute. Also, das ist geil. Also, ich glaube, in der Community macht das mega Spaß. Vor allem im Turnier machen. Aber okay, mir fehlt jetzt ein Spieler. Ich such mal. Okay, wir haben es gefunden. Ich glaube, ich bin überlebender, weil ich so komisch reingesaugt werde. Ich glaube, das ist immer das Zeichen, dass man überlebender ist und nicht der Böse. Aber egal. Dann versuchen wir heute als Gohan, wie gesagt, mit dem Gohan-Skin. Und ihr seht auch die Fähigkeiten unter mir. Ich habe jetzt Goku und Trunks getauscht, dass wenn ich Stufe 3 bin, Goku bin. Und nicht Trunks, die Genki-Dama einsetzen kann. Und ja, kommt schon. Wird der Gohan-Skin uns heute Glück bringen. Und wer mir mit dem Gohan-Skin heute richtig reinrasieren. Wird es ein Pay-2-Win, weil ich einen geilen Skin habe? Oder scheiß ich weiter rein? Das ist die Frage. Ey, ich würde so gerne einen Win holen, ne? Oder ein schönes Spiel. Bedingstens ein schönes Gameplay-Spielchen hier. Und wir werden das Spiel natürlich auch noch öfter spielen auf meinem Kanal hier. Ganz klar. Wir werden es auch streamen. Wir wollten ja auch Turniere machen. Mal gucken, ob wir das alles hinkriegen. Streamen auf jeden Fall. Ähm, und ja, bin gespannt. Bin gespannt. Einer muss noch bereit drücken. Und zwar der links unten. Okay. Rexio. Wie stark sind unsere Mitspieler? Äh, Leute! Da ist ein Level 67 und ein Level 56 und ein Level 61. Ich bin Level 6. Wollte mich verarschen? Wann sind die alle hoch? Also, die haben schon 3 Milliarden Mal mehr Spielerfahrung als ich. Über Level 60. Alter. Die suchten das Game Hard rein. Und wir spielen gegen einen Buh, der nur Stufe 2 ist. Das könnte ein guter Vorteil sein. Ich habe noch eine neue Animation. Wir stehen rechts unten. Äh. Zack. Wir machen die Fusion. Ich habe nicht C18 auf den Maps gefasst. No, no, no. Fusion. Okay. Auf der alten Map mit der Cell Arena. Ich hoffe, wir kriegen Schnellschlüssel. Ich hoffe, wir kriegen Schnell, ähm, die Kraft, damit wir uns verwandeln können. Und können abhauen. Ich will hier Kid Buu besiegen. Der am Anfang, ja genau, Spopovic ist. Am Anfang ist er Spopovic. Wir haben hier ein Auto. Sehr gut. Schnappen wir uns das Auto direkt. Kann man ein Auto über Wasser drüber fahren? Weiß ich gar nicht. Jo, kann man. Hier ist die erste Kiste. Schlüssel für 3B gefunden. Perfekter Anfang. Direkt den Schlüssel gefunden. Ich auch. Oh, Stößel für B und C. Oh, guter Anfang. Wo muss ich hin? Äh. Hä? Da hinten? Also die richtige Richtung? Ja. Okay, hier ist noch was zu holen. Ah, in zwei Stößel schon. Perfekt. Und wir rasen da oben. Eine Affengeschwindigkeit. Ey, der gibt schon ab, Mann. Zack, abgegeben. Der hat ein Reittier-Skin sogar. Wie geil. Wir brauchen jetzt schnell Kraft, ne? Wir sind jetzt gerade komplett fucking wehrlos. Wir müssen diese jetzt am Boden, diese Kraft einsammeln. Wir müssen Stufe 1 werden. Und uns verwandeln können. Okay, enttragen wir mit. Ja. Perfekt. Ah, Gesundheit. Dann haben wir noch Hilfs-Items. Dann haben wir die Vegeta-Handschuhe natürlich. Und ich würde auch sagen, ich rufe meine Kapsel. Da hinten ist der Gegner anscheinend. B und C haben wir einen Schlüssel. A, D, E. A, D, E. Da fliegen wir zu A doch, oder? Na, komm, lass zu A fliegen. A, D, E. Vielleicht war noch keiner im See drin. Da sind wir drei Milliarden Kisten. Jo, da sind drei Milliarden Kisten. Vielleicht kriegen wir noch einen Schlüssel direkt. Jo, lol. Zwei Schlüssel. Heute läuft. Jetzt wieder raus hier. Und direkt den Schlüssel abgeben. Hier vorne. Oder? Ja, das ist ein Riesen. Hier runter. Genau. Hier, Schlüssel reindrucken. Oh Gott, Buh ist erwacht. Buh ist erwacht. Buh wurde erweckt. Aber ich... Er ist nicht in meiner Nähe. Schlüssel bei A platziert. Jetzt gibt es noch D und E. Und er löscht ein Gebiet geradeaus. Ich meine, welches Gebiet? Mein Gebiet? Nee. Nee. Bist du neben. Okay. Er hat B gelöscht. Okay, er hat B gelöscht. Das ist schlecht. Ich muss zu E und D. Er hat B gelöscht. Da oben fliegt er rum. Okay. Also, ich muss einen weiten Weg laufen. Zu E rüber. Vor allem fliegt er halt noch immer rum. Scheiße. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh. Oh fuck. Komm mal zu mir. Oh fuck, er sieht mich da. Ah, ich habe einen Angriff. Eigentlich bin ich zu stark, er ist zu schwach. Ich muss abhauen. Ich muss durchziehen. Nicht zu den Verbündeten fliegen unbedingt, aber ja. Was soll ich sonst machen? Nein, er hat mich eingenuckelt. Er hat mich eingenuckelt. Nein, warum immer ich? Wieso ich? Buh, lass los. Da liegen meine Vegeta-Handschuhe noch. Nein, ich werde gebuhnuckelt. Er lutscht mich auf. Er hat mich einfach das Bonbon gegessen. Er hat mich einfach das Bonbon gegessen. Ach, scheiße. Man kann mich noch wieder beleben. Aber ich kann mich nicht bewegen. Okay, D platziert, perfekt. Die haben es zu viert gemacht. Alter, bei D gibt es eine Party, Buh. Wenn du jetzt zu D fliegst, Buh, geht es aber so richtig ab. Oh ja, er kommt, ja, er kommt. Er kommt. Aber es ist auch ein bisschen unfair, ne? Ein Level-2-Buh-Spieler gegen Level-60er. Die haben das Spiel schon öfter gespielt, als Buh, die jemals spielen wird, glaube ich. Okay, sie müssen jetzt zu... Oh, ich bin wieder belebt. Ich bin wieder belebt. Und wir müssen dann direkt zu E gehen und den Schlüssel holen. Und ich habe auch hier noch meine Handschuhe liegen und mein Heil-Item, was ich gleich benutzen werde. Danke, dass wir es wieder belebt haben. Hoppla, verdrückt. Noll. Hab mich verdrückt. Okay, sind wir jetzt bei E. Sind jetzt in E. Hier müssen wir dringend den Schlüssel finden. Zehn Minuten übrig. Wir müssen noch ein Ding... Ach, hier wurde schon gelootet. Ehe gefunden! Ehe gefunden! Da hinten müssen wir hin. Ehe gefunden. Wir müssen den Schlüssel platzieren. Wir müssen den Schlüssel platzieren. Da hinten ist Buh. Perfekt. Schaffe ich es noch rechtzeitig hin, um mitzuhelfen? Jo. Perfekt. Alle platziert! Jetzt kommt die Zeitmaschine, Leute. Jetzt kommt die Zeitmaschine. Da vorne. Und da ist Buh. Scheiße. Bin weg. Problem ist... Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man chillt jetzt seine Nuggets und wartet, bis links oben die Anzeige voll ist. Das dauert aber lange. Shenlong wurde gerufen! Lol! Das Team ist ja mega OP! Ja, ich konnte jetzt nicht... Na doch! Ich konnte schon viel dazu beitragen. Denn ich habe unter anderem dafür gesorgt, dass wir zwei Schlüssel platziert haben. Also, ich fühle mich schon ein bisschen sinnvoll. Ein bisschen Energie, wenn ich schlecht... Ich fühle mich schon sinnvoll. Ich habe schon was getan, auf jeden Fall. Ich kann noch nicht so viel tun, wie ich es gerne wollte. Da gibt es wieder nichts. Ich kann nicht so viel machen, wie ich wollte. Kämpfen die da oben jetzt dagegen? Jo, Stufe 4. Ich kann halt nicht selbst kämpfen. Ich kann nicht davon abhalten. Ich kann nicht davon abhalten, ihn anzugreifen. Und wenn die da oben rumfliegen, kann ich auch nicht wiederbeleben. Oh, der macht aber gut Damage daher, Stufe 4. Aber ich kann genau mithelfen, die Zeitmaschine zu starten. Der beschäftigt ihn gerade. Der Stufe 4 kämpft gerade gegen Buu. Und in der Zeit können wir ein bisschen... Ah, die Zeitmaschine starten, muss ich sagen. Gott, das ist gerade echt nervenaufreibend, ne? Die kämpfen noch immer. Die sind beschäftigt. Wir hacken weiter die Zeitmaschine, dass es schneller geht. Die sind richtig hart beschäftigt. Er kann auch nicht... Buu kann auch nicht sagen, oh, scheiß drauf. Denn Buu hat nicht mehr viel Leben. Ich kann es euch einblenden. Ah, scheiße, mich habe ich... Müssen abhauen. Müssen abhauen. Ich bin ein One-Hit. Räuber besiegt. Räuber besiegt. Buu ist down. Buu ist down. Buu wurde vernichtet vom Stufe 4, Saiyajin. Und ich habe mitüberlebt. Guckt es euch an. Wir haben Buu besiegt. Loll. Wir haben Buu besiegt. Guckt es euch an. Was? Missionsergebnis. Bestes, was es gibt. Selbstopferung. Bestes, was es gibt. Kraft. Stößel platziert. Beste Bewertung, die es gibt. Zeitmaschine. Aktivierung. Beste Bewertung. Shenlong. Beste Bewertung. Das war die beste Runde, die ich jemals hatte. Alter, war das ein krasses Team. Alter, war das ein krasses Team. Und wir sind auch im Season Pass aufgestiegen. Alter, war das ein krasses Team. Die Folge wird so, so hochgeladen. Alter. Also, der Shenlong. Nein. Der Gohan-Umhang hat es gebracht. Der Gohan-Umhang hat mich an eine bessere, schönere Lobby gebracht. Und die Leute mehr Ahnung vom Game hatten. Das war geil. Buu besiegt, Leute. Season 2 hier. Und ihr seht es auch übrigens links unten. Da steht Priorität 2. Das heißt, beim nächsten Mal zu spielen, habe ich eine höhere Chance, der Bösewicht zu sein. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge als Bösewicht wieder. Daumen hoch, ob es euch gefallen hat. Ich fand die Runde mehr geil. Meinungen in den Kommentaren. Ich finde auch, ich habe gut mitgeholfen, auf jeden Fall. Vergesst nicht, ein kostenloses YouTube-Abo da zu lassen, um die Streams, die Turniere und so weiter nicht zu verpassen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bruder Foske draußen. Vor allem ein riesen Dank an meine Top-Kanal-Mitglieder. Viel Spaß in den Videos. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. .